Was können und müssen wir in Deutschland tun, um die Flüchtlingsfrage zu lösen und dem Rechtsruck zu widerstehen? Ich denke, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man arbeiten muss. Prinzipiell denke ich, wenn man Stufe 1 wäre, dass man eine führende Partei im rechten Spektrum, die NBD, verbietet und damit die Finanzierung über Steuergelder entzieht. Der nächste Punkt ist natürlich die Aufklärung. Die Aufklärung auf allen Ebenen der Gesellschaft, um diesem Rassismus entgegenzutreten, der Fremdenfeindlichkeit entgegenzutreten und Möglichkeiten zu erarbeiten, die es uns ermöglichen, ein Einwanderungsland zu werden, das klipp und klare Regeln hat, wie und was und wie es verfolgt werden soll, dass ausländische Bürger hier auch angesiedelt werden können und dass man mit denen auch Menschen kombiniert. Der Rechtsruck ist für mich momentan zum Teil eine Jugendbewegung. Das heißt, viele Jugendliche laufen quasi den Faschisten nach. Ich denke mir, die kann ich nicht einfach nur verteufeln, sondern ich muss mich natürlich aktiv mit diesen auseinandersetzen. Das heißt, erst mal, wie vorhin schon gesagt, die Finanzierung unterbinden. Auf der anderen Seite natürlich Aufklärungsarbeit über Schulen, über Organisationen, über Verbände und Parteien, dieses Denken, das ja nicht nur jetzt bei den rechten Jugendlichen da ist, sondern auch weit in der Gesellschaft verbreitet ist, dieses Denken quasi zu verändern. Europa schottet sich quasi nach außen hin ab. Und wenn hier nicht politisch und natürlich auch die Bevölkerung letztendlich einen anderen Weg geht, dann werden wir eine Festung Europa bekommen, das abgeschottet ist gegen das Ausland. Die Gefahr sehe ich. Die Gefahr sehe ich.